Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Exercise Inside Out, der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Ich habe mich sehr auf diese Episode gefreut, mittlerweile die siebte, das können wir natürlich wieder dokumentieren mit unserer altherbekannten Klappe, Folge Exercise Inside Out, Folge 007. Nein, es wird heute tatsächlich nicht um den Trainingsplan von Daniel Craig gehen. Ja, war ein James Bond's Witz. Wir werden uns heute mit dem beschäftigen und da anknüpfen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben uns ja beim letzten Mal erstmal damit beschäftigt, was ist überhaupt Training, wie funktioniert Training und hatten uns da auch angeschaut, was sind so althergebrachte Prinzipien des Trainings und sind dann am Schluss auf ein eher physiologisches Modell gekommen, was das Ganze erklären soll, nämlich das Signaltransduktionsmodell. Und nachdem wir jetzt also wissen, wie Training funktioniert und was es macht, soll es heute darum gehen, wie man vielleicht trainieren könnte. Bevor ich zu den einzelnen Teilbereichen der heutigen Episode komme, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr in den Shownotes oder Beschreibungen noch einige Informationen findet. Unter anderem findet ihr da Timestamps für die einzelnen Teilkapitel der Folge. Das heißt, wenn euch bestimmte Sachen besonders interessieren, dann könnt ihr da gerne hinspulen oder zurückspulen. Ihr findet die ganze Literatur mit Links da zu den Studien, um die es heute gehen wird. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, Kommentare da zu lassen. Also, falls euch irgend noch ein Thema auf der Seele brennt, was ihr unbedingt in einer weiteren Folge gerne behandelt haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare der Plattform eurer Wahl und wir gucken mal, ob sich da vielleicht was ergibt und man da was machen kann. Worum soll es also in der heutigen Folge gehen? Ich habe das Ganze mal so in zwei Bereiche geteilt. Die Oberfrage ist vielleicht, wie sollte man richtig trainieren bzw. das Ziel soll sein, euch eine gewisse Orientierung zu geben, wie man im Ausdauersport trainieren sollte. Und das habe ich jetzt in zwei Bereiche geteilt. Das heißt, wir werden uns im ersten Teil dieser Podcast-Folge erstmal mit den sogenannten Trainingsparadigmen auseinandersetzen. Also, wie hat sich das Training oder das, was man von Training versteht, in den letzten Jahren so entwickelt, in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal grob über die letzten 200 Jahre. Das heißt, es gibt so einen kleinen historischen Abriss des Ganzen. Und danach werden wir uns dann mit der sogenannten Trainingspyramide beschäftigen. Das heißt, es wird darum gehen zu schauen, wie kann man Training hierarchisieren, was ist wichtig, was ist besonders wichtig und was ist vielleicht weniger wichtig. Und schauen uns da natürlich auch einige Studien an, um auch eben die Evidenz hier zu unterfüttern. Starten wir also mit dem ersten Teilbereich, nämlich mit dem Teilbereich der Trainingsparadigmen. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Trainingsparadigmen, da steckt erstmal der Begriff Paradigma drin. Deswegen sollten wir vielleicht zuallererst mal klären, was ist überhaupt ein Paradigma? Was verstehen wir darunter? Und dieser Begriff Paradigma geht im Grunde zurück auf Thomas Samuel Kuhn, der seines Zeichens Physiker und einer der bedeutendsten Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts war. Und in seinem Buch The Structure of Scientific Revolutions von 1962 sehr schön beschreibt, was überhaupt ein Paradigma zu verstehen ist. Und hier schreibt Kuhn, ich übersetze jetzt mal so sinngemäß wörtlich, also sinngemäß im deutschen Wortlaut, dass es für ihn so eine, also das ist ein Paradigma, eine universell anerkannte, oder sind universell anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse, die der Community, also der Scientific Community, zumindest für einen gewissen zeitlichen Raum, als Gerüst für Problemstellungen und ihren Lösungen fungieren. Das heißt, man könnte unterm Strich sagen, das sind im Grunde so konzeptionelle Hintergründe, vor deren wir Probleme sehen und vor deren wir Dinge beurteilen. Das heißt, das ist etwas, worauf man sich geeinigt hat, was allgemein hin gilt und was wir für die Beurteilung als Hintergrund nutzen. Seiner Ansicht nach ist es nämlich so, dass sich Wissenschaft im Wesentlichen durch Revolutionen ergibt, das heißt im sogenannten Paradigmenwechsel. Das heißt, es gibt immer eine gewissenschaftliche Meinung, die so lange gilt, bis wir eine gegenläufige Meinung finden und sich ein Paradigmenwechsel vollzieht. Und was er sagt ist, dass bestimmte Paradigmen oft sehr beständig bleiben und es da wirklich große Erkenntnisse braucht, um zu entscheiden, dass man sich von diesem Paradigma trennt. Und da gibt es dutzende Beispiele, gerade auch in der Physik, die man hier benennen könnte. Und ich möchte das Ganze mal vielleicht an einem Beispiel, nämlich an den sogenannten Atommodellen, was glaube ich ein ganz plakatives Beispiel ist, darstellen. Wenn wir uns mal anschauen, wie haben sich so Atommodelle in der Historie entwickelt, dann fängt das so ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus an mit Demokrit und Leukieb, den sogenannten Atomisten, die damals aufgestellt haben oder sich gefragt haben, wie ist überhaupt die Welt aufgebaut. Und sie haben gesagt, dass es gewisse Unteilbare gibt, also Atomos, die Unteilbaren, haben gesagt, es gibt bestimmte Prozesse oder bestimmte kleinste Ordnungen, aus denen wir wie Lego-Steine im Grunde aufgebaut sind. Das hat sich sehr, sehr lange gehalten, bis dann weitere Erkenntnisse da waren. Ein wichtiges weiteres Atommodell ist unter anderem von William Thompson herausgestellt worden, 1902 publiziert, das sogenannte Rosinenmodell. Hier hat man sich jetzt festgestellt, dass eben die Atome eben aus weiteren Bestandteilen sich zusammensetzen, also unter anderem dem Atomkern. Und in diesem Rosinenmodell war jetzt die Idee, dass eben Elektronen wie so Rosinen in so einem Teig eingebettet sind und das im Grunde alles so miteinander verbunden ist in diesem Atom. Das hat so lange Bestand gehabt, bis Ernest Rutherford 1909, 1910 gesagt hat, nee, also mit bestimmten Strahlung auch gearbeitet hat, meines Wissens nach auch mit Goldatomen. Und hat da festgestellt, also es kann eigentlich nur so sein, dass Atome generell im größten Teil leer sind und dass es eben einen positiv geladenen Kern gibt. Und die negativ geladenen Elektronen, so war zumindest die Vorstellung, sich auf elliptischen Bahnen, ähnlich wie jetzt im Sonnensystem zum Beispiel, sich darüber bewegen. Da war aber schon klar, Atom, wie das Weltall übrigens auch, ist relativ leer. Ja, eines der weiteren besonderen Atommodelle stammt dann von Nils Bohr. Der hat sich das so vorgestellt, dass eben diese Elektronenbahnen, auf denen diese Elektronen eben sitzen, auch gleichgesetzt werden können mit einem gewissen Energieniveau, zwischen denen die Elektronen auch wechseln können. Und dass sich dadurch eben zum Beispiel auch Strahlung ergibt. Und das hat sich eben da auch gehalten. Spätestens seit der Heisenbergschen Unschärferelation und der daraus entstandenen Quantenmechanik wissen wir natürlich, dass die Quantifizierung sehr, sehr kleiner Teilchen, also sogenannten Quanten, sehr schwierig ist. Das heißt, man kann entweder ein Teilchen wirklich sehr genau lokalisieren, also den Ort bestimmen, oder man kann den Impuls oder die Geschwindigkeit dieses Teilchens detektieren. Beides gleichzeitig geht nicht so wirklich. Bei großen Makroteilchen, wie zum Beispiel im Sport, ja, da geht das. Im Quantenbereich geht das nicht. Das heißt, dann hat man sich dazu entschlossen, eher so ein quantenmechanisches Atommodell zu fahren, wo es eben auch viel um Unschärfe und Wahrscheinlichkeiten geht. Und das Standardmodell, was es jetzt momentan gibt, das Standardmodell der Elementarteilchen, umfasst verschiedene Dinge. Da sind zum einen die sogenannten Quarks drin, die sogenannten Leptonen und die sogenannten Bosonen. Da gibt es wiederum verschiedene Teile. Also auch da hat man gesehen, dass unter den einzelnen Bereichen, dass es da noch kleinere Aspekte gibt. Und das hat sich eigentlich sehr, sehr lange gehalten. Was man aber festgestellt hat, ist, dass es eben da Teilchen gibt, die eben eine, die keine Masse haben und Teilchen gibt, die eine Masse haben. Und die Frage an der Stelle war, was verleiht eigentlich diesen Elementarteilchen ihre Masse? Und da hat man lange Zeit nicht gewusst, was es sein könnte. Und 2011 beziehungsweise 2012 gab es dann eine bahnbrechende Entdeckung am CERN, also am LHC, wo eben verschiedene Kernbestandteile unter extrem kalten Bedingungen in einem extrem riesigen Laboratorium unter der Erde aufeinander geschlagen wurden. Und eben dann geguckt wurde, ja, was passiert mit diesen Teilen. Und da konnte ein Teilchen gefunden werden, was man lange Zeit als sogenanntes Gottesteilchen bezeichnet hat. Das ist eigentlich ganz spannend, weil dieser Name Gottesteilchen, das lässt sich, glaube ich, ganz gut verkaufen. Das kam aber daher, dass mal ein Wissenschaftler gesagt hat, so dieses mehr oder weniger Gottverdammte, dieses Godderm-Teilchen. Und später wurde dann eben aus diesem, wurde das Godderm, also das Derm, weggenommen. Und dann hieß es eben das sogenannte Gottesteilchen. Die Sprache oder der Hintergrund hier ist das sogenannte Higgs-Teilchen. Was dieses Higgs-Teilchen ist, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern vielmehr, für welchen Beweis das Ganze steht. Dieses Higgs-Teilchen lässt eben darauf schließen, dass es ein sogenanntes Higgs-Feld gibt. Und dieses Higgs-Feld, was man sich eben so vorstellt, da geht man davon aus, dass das eben auch den Elementarteilchen ihre Masse verleiht. So viel also zu dem quantenmechanischen und physikalischen Hintergrund. Hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht, dass bei Exercise Inside Out auch mal das Higgs-Teilchen zur Sprache kommt. Wie kommen wir drauf? Es ging natürlich hier um das Thema Paradigmenwechsel und da stehen eben diese verschiedenen Paradigmen, die sich hier im Atommodell aufgezeichnet haben, eben eine exemplarische Größe. Und von diesen verschiedenen Paradigmenwechseln hat sich jetzt jemand, der in der Sporthistorie sehr stark unterwegs ist, inspirieren lassen, nämlich Arndt Krüger. Der hat nämlich auf einer Tagung der DVS-Sektion Sportgeschichte 1997 einen Vortrag gemacht und auch einen entsprechenden Artikel dazu verfasst, wo er eben sich diesen Paradigmen im Grunde angenommen hat. Und da sich dem Thema Veränderungen in den Trainingssystemen für Mittel- und Langstreckenlaufen auseinandergesetzt hat. Und da ist jetzt ja erstmal die Frage, was hat der Arndt Krüger da zusammengefasst? Eine der wichtigsten Kernelemente ist hier, dass Arndt Krüger hier erstmal, bevor er überhaupt über Paradigmen spricht, die Sportwissenschaft versucht einzuordnen. Und er sagt, dass schon immer, und das besteht auch noch heute, die Sportwissenschaft zwischen einer Kunst und einer Wissenschaft genau in der Mitte liegt. Das hatten wir ja auch schon in der letzten Ausgabe zum Thema Training uns angeschaut, dass es eben einmal auch in der Trainingslehre diesen gesicherten und nicht gesicherten Bereich gibt. Und während in den früheren Jahren Sport oder Training sehr, sehr stark so in der Kunst verortet ist, kann man schon so die Entwicklung zunehmend zu einer Verwissenschaftlichung sehen. Er grenzt das hier ab und ordnet das auch nochmal vor dem Hintergrund von Henry Hull ein. Den haben wir uns ja auch schon in der letzten Stunde angeschaut, der 1988 ja dieses extrem interessante Buch The Science and Art of Training geschrieben hat. Und für Henry Hull war damals noch diese Einheit von Kunst und Wissenschaft da, was sich aber dann im späteren Verlauf sehr stark auch auseinanderentwickelt hat. Und deswegen gibt es auch heute leider immer noch Bereiche, wo eben die Wissenschaft und die Praxis sehr, sehr stark so gegeneinander arbeiten. Und ein Ziel dieses Podcasts ist es natürlich auch, zwischen diesen beiden Elementen zu vermitteln. Und Arnd Krüger sieht hier im Wesentlichen vier verschiedene Paradigmen oder vier verschiedene Perioden, wie sich im Grunde Training hier entwickelt hat. Wichtig zu erwähnen ist aber hier, dass er sagt, dass diese verschiedenen Perioden überhaupt nicht trennscharf sind. Also es gab auch immer Entwicklungen nebeneinander her oder auch zurück oder manche, die ein bisschen fortschrittlicher waren. Also es gab sie nie einzeln und auch nie singulär, sondern immer auch nebeneinander. Das heißt, das, was wir gleich sehen werden und hören werden, das gilt nur quasi als Orientierung. Als allererstes nennt Arnd Krüger hier das sogenannte natürliche Training. Natürliches Training, da denken wir vielleicht so ein bisschen an Öko und dass es irgendwie ganzheitlich ist. Und in Teilbereichen stimmt das tatsächlich auch, aber es hat auch einen etwas anderen Hintergrund. Unter natürlichem Training verstehen wir erstmal so einen relativ großen Vielfältigkeitsanspruch. Das heißt, das Training war nicht sehr spezifisch auf eine ganz konkrete Sport, auf ein ganz konkretes Ziel hingearbeitet, wie wir das ja in den letzten Definitionen auch gehört haben, sondern es ging darum, wirklich in der Breite was zu haben. Das heißt, es war auch sehr viel an Gesundheit, an einen guten Alltag angelehnt und hatte erstmal wenig mit Spezialisierung zu tun. Einer der federführendsten Begründer dieses, ja, oder Trainer, der nach diesem Prinzip hat trainieren lassen, ist Gregor Hebert, französischer Trainer und ehemaliger Marineoffizier. Und da sehen wir auch schon einen wichtigen Aspekt. Das heißt, dieses natürliche Training ist nicht nur irgendwie ei-ei und wir machen ganz viele verschiedene Dinge, sondern es hatte auch immer den Hintergrund, die Wehrfähigkeit der Athletinnen und Athleten da herzustellen. Einer der großen Schüler von Hebert ist Jean Bois, im Laufbereich wirklich sehr, sehr bekannt. Der, ja, im frühen 20. Jahrhundert wirklich sehr herausragende Leistungen vollbracht hat. Gewicht ungefähr wie bei mir 70 Kilogramm, was, ja, im Laufbereich heutzutage schon relativ schwer wäre. Und in diesem Training von Hebert konnte es halt auch wirklich mal sein, dass Läufer ganz unterschiedliche Sachen machen, die man heute wahrscheinlich nicht sehen würde. Also zum Beispiel einen Tau hochklettern oder mit schweren Stiefeln irgendwas machen. Also auch im Krafttrainingsbereich ganz abgefahrene Sachen. Also es ging wirklich um die Breite, aber eben auch mit diesem Hintergrund der Wehrfähigkeit. Deutsches Äquivalent wäre also hier ähnlich zum Beispiel die Turnerbewegung, die jetzt ja auch auf Ganzheitlichkeit ausgerichtet war, aber auch so einen sehr, ja, nationalistischen Hintergrund da geboten hat, ne, auf die deutsche Einheit bezogen. Und so ist es im Grunde hier auch zu sehen. Jean Bourne war 1912 angetreten bei den Olympischen Spielen und hat da sehr, sehr gut erst mal performt. In den Vorrunden hat er erst mal einen Weltrekord aufgestellt, damals 15.05, was schon auch immer noch eine sehr schnelle Zeit ist auf 5000 Meter. Und dann kam es im Finale-Rennen zu einem, ja, historischen Moment. Da hat sich nämlich dann Bourne mit einem der Finnen, nämlich Hannes Kohlemein, gebattelt, könnte man sagen. Und auf der Zielgerade wirklich mit Fotofinish, da gibt es noch schöne Abzüge von, konnte sich dann tatsächlich der Finne absetzen. Und hat dann in 1436,6 ganz, ganz knapp Jean Bourne geschlagen. Und dieser Sieg damals 1912 bei den 5000 Metern ist im Grunde sinnbildlich zu sehen für die Wachablösung des natürlichen Trainings in Bezug auf das zweite Paradigma, nämlich das lernorientierte Training. Vielleicht noch kurz ein Satz zu Jean Bourne. Jean Bourne ist dann zwei Jahre später im Laufe des Ersten Weltkriegs in Frankreich dann leider verstorben. Dieser Sieg von Hannes Kohlemein leitete auch die Ära der sogenannten Flying Finns ein, also die dominierende Ära der Finnen im Bereich des Langstreckenlaufens. Was haben die jetzt groß anders gemacht? Was war der Hintergrund dieses lernorientierten Trainings? Hier war im Kontrast zum natürlichen Training wirklich die Spezialisierung eine ganz, ganz wichtige Größe. Das heißt, man hat versucht, sehr viel im Wettkampftempo zu trainieren und eher so das Prinzip gehabt, diese Fähigkeit des Laufens innerhalb eines guten Stils zu lernen und zu üben. Sinnbildlich dafür ist so die Stoppuhr und auch wieder als Sinnbild der Industrialisierung, die ja dann auch noch im Gange war, dass man wirklich versucht hat, den Körper als Maschine zu sehen, die jetzt gezwungenermaßen diese Wettkampfbelastung versucht, hier in den Vordergrund zu sehen. Die Finnen sind nicht nur die einzigen Vertreter, sondern es gab auch schon einen anderen Läufer, der schon sehr, sehr früh ähnlicherweise trainiert hat, nämlich Alfie Schrapp. Der hat tatsächlich sehr viel weniger gewogen. Ich meine, es wären so 56 Kilo gewesen oder vielleicht sogar noch weniger. und der ist einer, also ihr könnt ja mal gucken, welche Weltrekorde Alfie Schrapp damals schon aufgestellt hatte. Ist wirklich beeindruckend, also wirklich ein riesengroßes Spektrum und war eben auch schon einer der Vertreter, die wirklich sehr lernorientiert, wettkampforientiert da gepaced haben. Eine Wissenschaftsrichtung, die man dem lernorientierten Training zuordnen kann, ist der sogenannte Behaviorismus. Das heißt, da geht es auch im Grunde darum, eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen. Das wird auch immer der Sportpsychologie zugeordnet, die 1913 auch so die erste Tagung hatte, wo man so einen Konsensus finden wollte. Und ja, das wird im Grunde immer so damit assoziiert, lernbasiert, das Ganze zu machen. Die Ära der Flying Finns wurde dann weitergeführt von Paavo Nurmi, einem meiner absoluten Favorite-Läufer, die man so benennen kann und der wirklich dem was ganz Außergewöhnliches gelungen ist. Also der hat wirklich unglaublich viele Sachen aufgestellt, teilweise an einem Tag mehrere Goldmedaillen abgeliefert und der auch wirklich für mich immer sinnbildlich ist für so einen schönen, grazilen Laufstil, der auch sehr, sehr technisch orientiert war. Wenn Paavo Nurmi heute leben würde, wäre das wahrscheinlich auch jemand, der die allerneueste Uhr hätte und der alles tracken würde und der sehr, sehr akribisch sein Training dokumentieren würde. So stelle ich es mir zumindest vor. Fragen können wir ihn leider dazu nicht mehr. Dieses lernorientierte Training hat sich dann also auch längere Zeit gehalten, bis es dann wieder zu einem neuen, also zu einem dritten Paradigma kam. Das war dann das physiologisch orientierte Training. Und dieses physiologisch orientierte Training markiert auch so die zunehmende Verwissenschaftlichung des Trainings im Ausdauerbereich, weil es eben hier darum ging, auch den Organismus mehr in den Vordergrund zu rücken. Das heißt, hier hat man sich wirklich auf physiologische Kenngrößen bezogen, Herz-Kreislauf-System, pulmonales System und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt ein immer größeres Aufkommen von Untersuchungen und einer Verwissenschaftlichung. Einer der Athleten, die maßgeblich hier zu nennen sind auf deutscher Seite, ist Rudolf oder auch Rudi Habik. Der einer als einziger Leichtathlet, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, gleichzeitig den Weltrekord über 400, 800 Meter und 1000 Meter gehalten haben soll. Also wirklich in der deutschen Leichtathletik einer der ganz großen Sterne. Und der hat wirklich ein ganz, ganz stark intervallorientiertes Training absolviert. Wenn man sich mal solche Trainingspläne anschaut, dann sieht man wirklich eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, die hier trainiert wurde. Auch noch kurz vor dem Wettkampf, den er gemacht hat. Und um mal so eine Hausnummer zu nennen, also im 800 Meter Bereich, hat man dann irgendwann, weil man nicht glauben konnte, wie schnell er war, hat man das sogar in der Zeitung damals dann so wirklich ausgeschrieben, damit das alle, ja, begreifen können. Es war dann, glaube ich, eine Minute 46, sechs. Und das wurde dann eben wirklich ausgeschrieben, weil man es kaum glauben konnte. Also wirklich jemand, der so in den 30er Jahren extrem erfolgreich war. Betreut wurde Rudi Habig unter anderem von Herbert Reindl, der Professor war und sich sehr viel auch mit Sportmedizin auseinandergesetzt hat. Insbesondere hier mit der Neubetrachtung des sogenannten Sportherzens. Früher hat man gedacht, so stark vergrößerte Herzen sind immer irgendwie pathologisch und das ist irgendwie nicht geheuer. Ja, dann wusste man schon relativ früh, naja, also ein Sportherz ist etwas, was sich eben einstellt durch Training. Der linke Ventrikel, der den Körperkreislauf versorgt, wird muskulöser, hat ein größeres Füllvolumen und steht hierdurch grundsätzlich dafür, dass eben das Training anschlägt. Das ist ein wichtiger Faktor, um das Schlagvolumen und damit auch die maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern. Ein weiterer Athlet, der immer wieder mit dem physiologisch orientierten Training assoziiert wird und der weltbekannt ist, ist Emil, die tschechische Lokomotive Zatopek, der wirklich auch einer der absolut größten Läufer ist. Marco Fuchs aus Episode 3 hat ja auch mal gesagt, dass es sein Lieblingsläufer ist und dem es als einzigen gelungen ist, während derselben Olympischen Spiele die 5.000, 10.000 und Marathon-Goldmedaille nach Hause zu holen. Also wirklich ein ganz schön krasser Athlet. Und auch hier gilt wieder die Maßgabe des Intervalltrainings. Es ist überliefert, dass er an einem Tag, aufgeteilt auf mehrere Einheiten wohl, insgesamt wohl mal 100, 400 Meter Intervalle gemacht haben soll. Ja, und wenn man sich das mal ausrechnet, das wäre ja reine Intervallvolumen, also Distanz von 40 Kilometern, wenn da jetzt noch 200 Meter Trabpause oben draufkommt, ich kann euch sagen, das muss wirklich ein heftiger Tag gewesen sein. Wenn man den jetzt mal zum Beispiel vergleicht und gegenüberstellt mit dem Pavonurmi, dann ist das wirklich ein Bild wie Tag und Nacht. So Pavonurmi wirklich so der, ja, sehr feingliedrige, ja, mit einem sehr, sehr schönen Stil versehene Läufer und Emil Zattopek wirklich mit einem Laufstil, wo man denkt, der fällt gleich um. Aber ich hätte ja gerne mal seine VZ Max gemessen. Da habe ich leider noch nicht gelebt und mein Vater auch noch nicht. Aber, ja, das wäre auf jeden Fall mal spannend gewesen. Denn was der an Intervalltraining gemacht hat, mein lieber Mann, das verkraftet man nicht so einfach. Und das war schon wirklich Wahnsinn. Es gab aber bei diesem physiologisch orientierten Training, was oft mit Intervalltraining assoziiert wird, auch immer Gegenwind, unter anderem von Ernst van Aken. Ernst van Aken war so ein ganz klarer Gegner dieses hochintensiven Intervalltrainings und hat da immer gesagt, nee, wir dürfen den Athleten nicht ihre Reserven nehmen. Ja, die müssen wirklich viel Volumen und eher niedrige Intensität und ab und zu mal vielleicht ein paar Intervalle, aber wirklich nicht überfordern. Das war zum Beispiel ein ganz klares Gegenbeispiel. Ein anderes Beispiel für physiologisch orientiertes Training ist einer der größten Trainer, die man da auch so hatte, nämlich Arthur Lyddiard aus Neuseeland, der wirklich einige Athleten auch über unterschiedliche Distanzen an den Start gebracht hat. Und wer sich dafür interessiert, kann ich nur empfehlen, die Doku mal anzuschauen, The Golden Hour. Da müsst ihr aber gucken, dass ihr das richtig schreibt, weil wenn ihr euch bei dieser Suche bei Google vertippt, dann landet ihr vielleicht auf irgendwelchen komischen Seiten. Also es heißt The Golden Hour. Und in The Golden Hour wird eben beschrieben, wie innerhalb von einer Stunde dieser Arthur Lyddiard Athleten, die einen Athlet über 800 und einen über 5000, wie innerhalb dieser einen Stunde beide mit Gold nach Hause gehen konnten. Und wenn man sich da mal anguckt, was da trainiert wurde, ist das wirklich heftig. Arthur Lyddiard war nicht nur einer der ersten Vertreter des sogenannten Block-Trainings, also dass man eben nicht nur so ein Misch-Training verfolgt, sondern eher so Perioden hat, wo man nach und nach nacheinander etwas trainiert, später dazu mehr, sondern er hat auch auf extrem hohes Volumen gesetzt. Und wenn ich extrem hohes Volumen meine, dann meine ich hunderte Kilometer in der Woche. Also zum Vergleich, so Elite-Läufer heutzutage, die laufen vielleicht so 200 Kilometer pro Woche, was schon extrem viel ist. Und bei ihm gab es wohl Wochen, so sagt er, die teilweise doppelt so viel waren. Ich frage mich, wie man das irgendwie kompensieren soll, aber bei ihm scheint es wohl so gewesen zu sein. Also von daher wirklich auch sowohl für hohes Volumen als auch für hohe Intensität gab es hier extreme Beispiele. Und das vierte Paradigma, was Arndt Krüger hier nennt, ist das sogenannte individualisierte Training. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Wir sind jetzt also von den 50er Jahren, wo Emil Zattopäck unterwegs war, eher so in den 70er, 80er Jahren, wo auch technische Neuerungen, individualisiertes Training erstmal möglich gemacht haben. Wenn man sich da mal anschaut, wie die Entwicklungen aussahen, dann können wir sehen, dass die ersten sogenannten Pulsuhren oder Pulsmesser Anfang der 80er Jahre rauskamen. Die waren dann noch ein bisschen klobiger und konnten jetzt auch noch nicht so viele Sachen anzeigen wie heutige Uhren. Oder andere Dinge, wie beispielsweise im Radsport wäre noch zu nennen, das Patent von Ulrich Schobener, der mit der Schobener Radmesstechnik dann den allerersten Leistungsmesser im Radsport untersucht hat und 87 das Patent dafür eingereicht und bewilligt bekommen hat, wo man wirklich direkt an der Kurbel Leistungen messen konnte. Das waren zwei wesentliche Dinge, die es gebraucht hat, um eben Training zu individualisieren. Das heißt, hier kommen jetzt auch immer mehr Forderungen nach Individualisierung in Form von Leistungsdiagnostik ins Spiel, wo man sich eben auch verschiedene Trainingsbereiche angucken konnte. und das Training eben auch erstmals steuern konnte. Dafür war es natürlich notwendig, während des Trainings zu sehen, in welchem Bereich bewege ich mich da, was man vorher vielleicht nur über Pace gesehen hat. Und da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Athletinnen und Athleten, die in diesem Zeitbereich eben mit Pulsuhren versehen gesteuert haben und eben darauf geguckt haben. Jetzt könnte man sich erst mal fragen, wie ist es denn jetzt eigentlich heute? Also was können wir hier sehen? Und Arnd Krüger hat tatsächlich 2015 eine Neuauflage gemacht, wo er einen Artikel verfasst hat, wo es um eine Zusammenfassung des Gebietes Periodisierung ging. Auch auf jeden Fall empfehlenswert, da mal reinzuschauen, so als Überblick. Und da schreibt er eben, dass er davon ausgeht, dass es heutzutage ja sowas wie eine postmoderne Pragmatisierung geben soll. Das heißt, dass er davon ausgeht, dass es heutzutage so ein Methoden-Mix ist. Jeder macht im Grunde so ein bisschen von dem einen oder von dem anderen, um da eben sich das Beste rauszusuchen. Wenn ihr mich fragt, ich würde tatsächlich eher dahin gehen zu sagen, dass die Entwicklung schon so zu sehen ist, dass die Praxis immer mehr an die Wissenschaft ranrückt. Und ich deswegen eher davon sprechen würde, dass wir heutzutage ja ein Paradigma des evidenzbasierten Trainings haben. Dieses Thema Evidenzbasierung, das kommt ursprünglich aus der Medizin und weist im Grunde darauf hin, dass bestimmte Verfahren, Medikamente und so weiter nur dann genutzt und empfohlen werden sollten, wenn wirklich in mehreren Studien klar belegbar etwas empfohlen werden kann, was an mehreren und nicht nur an einer Person gewirkt hat. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt für die eine Person genau dieses Training das Allerbeste ist. Heißt im Grunde nur, dass man sich eben an der Wissenschaft und an dem wissenschaftlichen Stand orientieren sollte. Und das sehen wir unter anderem eben auch im aktuellen Leistungssport. Mein bestes Beispiel sind da unter anderem die Norweger. Wenn man sich da mal anschaut, was ein Gustav Iden oder auch ein Christian Blumenfeld da so trainieren und mit welchen Ansätzen sie da rangehen, dann ist das schon wirklich bemerkenswert. Und da werden Laktatmessungen vorgenommen im Laufbereich, wäre die Familie Ingebrigtsen zu nennen, die im Training wirklich sehr viele Messungen durchführt. Also von daher würde ich schon sagen, dass ein evidenzbasiertes Paradigma für mich momentan, so das klarste ist oder das, was jetzt momentan vielleicht die größte Aktualität hat. So, damit sind wir mit dem ersten Teil, mit den Trainingsparadigmen eigentlich schon durch und haben einen sehr, sehr guten Übergang. Denn jetzt könnten wir uns ja fragen, was heißt das denn jetzt, dieses evidenzbasierte Training? Gerade jetzt im Kontext des Ausdauersports. Was könnten wir da benennen, was besonders evident ist, was ist sehr established vielleicht, könnte man sagen. Und was ist vielleicht weniger klar belegt. Und vor allen Dingen, in welcher Hierarchie ist das? Und das finde ich super, super spannend, denn ich bin jetzt auch schon in mehreren Trainingslagern gewesen und speziell im Triathlon-Bereich. Wir sind ja so ein Völkchen für sich, wo es um ganz viele verschiedene Dinge geht. Und gerade so im Bereich Technik, Supplements und so weiter, habe ich gerade am Frühstückstisch im Trainingslager oft dieselben Gespräche geführt. Was nimmst du für ein Supplement und welche Laufräder brauchst du und so weiter. Und ich denke dann immer so, Leute, keine Ahnung, ihr braucht jetzt nicht den krassen Aero-Helm, wenn ihr 100 Watt im Mittel fahrt oder so. Ist einfach nicht wichtig. Guckt wirklich, dass ihr die Basics richtig macht. Und um da jetzt darauf einzugehen, was ist evidenzbasiert, Basics-mäßig das Wichtige? Worauf kommt es an? Und was ist vielleicht so ein Add-on, wenn das andere passt? Da hat sich einer der, ja, für mich renommiertesten Wissenschaftler in dem Bereich Exercise Physiology oder Ausdauertraining eben ja mit beschäftigt. Die Rede ist von Professor Steven Seiler, der eine Professur an der University of Acta hat und eben in Norwegen ansässig ist. Ich kann euch auf jeden Fall auch mal seinen YouTube-Kanal empfehlen. Also Steven Seiler hat wirklich eine Bassstimme ohne Ende. Also wenn ihr da so, Hi, my name is Steven Seiler. So ganz, ganz tief. Ist wirklich toll. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das nicht müde hört, weil es ist wirklich wie so ein Hörbuch-Feeling. Da denkt man wirklich manchmal so, boah, das ist, ja. Aber inhaltlich wirklich sehr, sehr schön und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und was sich der Steven Seiler hier eben gedacht hat, ist, wie könnte denn so eine Hierarchisierung aussehen? Und er hat sich da bei einer Person orientiert, die im Psychologiekreis sehr bekannt ist, nämlich bei Maslow, Abraham Harold Maslow, der auch mal eine Hierarchisierung vorgenommen hat. Und zwar hat der Maslow in seiner Theorie der menschlichen Motivation, also A Theory of Human Motivation, die 1943, also während des Zweiten Weltkriegs, publiziert worden ist, eben das vorgestellt wie so eine Hierarchisierung, die man natürlich nach heutigem Standpunkt kritisieren könnte, aber die so eine Orientierung dafür gibt, was motiviert uns Menschen, was sind so große Antreiber und in welcher Hierarchie stehen die. Und er hat da insgesamt fünf Ebenen rausgestellt, in denen eben diese verschiedenen Motivationen ablaufen. Das Prinzip dieser Pyramide ist, dass die unterste Ebene immer die wichtigste ist. Das heißt, wenn die erfüllt ist, also wenn da quasi die Motivationen alle, die Needs sozusagen gedeckelt sind, dann kann man sich mit der nächsten Ebene beschäftigen. Und wenn die soweit erfüllt ist, mit der nächsten. Das heißt, ich komme da quasi nur hoch, wenn die anderen Ebenen erfüllt sind. Und das sind insgesamt fünf. An der untersten Ebene stehen für Maslow die erstmal physiologischen oder biologischen Bedürfnisse. Das kennt ihr mit Sicherheit aus dem Alltag. Stellt euch vor, ihr wollt eine richtig interessante Podcast-Folge hören, wie zum Beispiel jetzt, hoffentlich. Und ihr müsst aber richtig nötig aufs Klo. Und irgendwann führt das eben dazu, wenn der Harndrang sehr, sehr groß ist, dass ihr euch überhaupt nicht mehr konzentrieren könnt und erstmal das loswerden müsst, im wahrsten Sinne des Wortes, um euch weiterhin zu konzentrieren. Und das ist im Grunde auch das, was unter diesen physiologischen Bedürfnissen fällt. Was fällt da noch drunter? Also atmen, klar, wir brauchen Luft, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken. Für ihn steht aber auch Sex, Schlaf, generell ein Gefühl nach Homöostase, schwierig. Und Exkretion, hatte ich gerade schon gesagt, als wichtige Bedürfnisse. Wenn die erfüllt sind, dann kann es im Grunde eine Ebene höher gehen. Was steht da auf der zweiten Ebene? Für die zweite Ebene steht für den Bereich Sicherheit. Das heißt, dass man generell die Sicherheit des Körpers hat, Sicherheit in unserem Alltag vielleicht jetzt auch der Anstellung, dass ich weiß, was passiert im nächsten Monat? Habe ich ein sicheres Arbeitsverhältnis? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Und so weiter. Und eben, da spielt aber auch Sicherheit im Sinne von Sicherheit der Familie, Sicherheit der Gesundheit eine wichtige Rolle. Dritte Ebene ist für ihn, ja, Love and Belonging. Also im Grunde, ja, Freundschaften, Familie und Sexual Intimacy, was jetzt hier genannt wird. Also von daher, ja, dass man eben auch in Beziehungen miteinander steht. Und dafür die Voraussetzung ist im Grunde dann biologisch und die Sicherheit. Wenn das auch soweit alles klar ist, dann wäre die vierte Ebene alles, was so mit Esteem, also Self-Esteem, Selbstbewusstsein und dem Selbst zu tun hat. Das heißt, da geht es zum Beispiel um Selbstsicherheit, Selbstwirksamkeit, Respekt von anderen zum Beispiel. Das spielt da auf dieser Ebene eine große Rolle. Und die absolute Spitze der Pyramide, also wenn ich quasi mit allem versorgt bin, ich bin sicher, ich habe keine anderen weiteren Bedürfnisse, das wäre alles das, was im Deutschen oft so als Transzendenz bezeichnet wird. Also da geht es so um Selbstverwirklichung beziehungsweise auch um Selbstzerstreuung. Da geht es um Moralitätsgedanken. Da geht es um, ja, Kreativität. Und, ja, verschiedene, ja, Gedanken, die man sich macht. Und das ist eigentlich auch ein sehr schöner historischer Bezug. Denn wenn man sich mal anschaut, wer damals zum Beispiel im antiken Griechenland große philosophische Gedanken gemacht hat, dann waren das tatsächlich oft diejenigen, die so betrucht und so ohne Sorgen waren, dass man sich eben auch diese politischen, weitreichenden Gedanken überhaupt machen konnte. Damals war es ja auch noch so, dass, ja, Arbeit eigentlich als etwas verschrieben war, was nur die machen, die unfrei sind. Also von daher, ja, war das, kann man das darauf auch sehr gut beziehen. Ja, das ist also die Pyramide nach Maslow. Und an der orientiert sich eben jetzt Steven Seiler. Er schreibt auch in der Präsentation, wenn man da die Folien sich auf ResearchGate anguckt, dann steht da auch so, With Apologies to Maslow, dass er sich dem da geschnappt hat. Und da geht er jetzt eben auf verschiedene Ebenen ein und widmet sich denen in seiner Hierarchisierung des Trainings. Und da gucken wir jetzt mal genauer rein und schauen mal, was der Steven Seiler da sich angeschaut hat. Für Seiler sind es tatsächlich nicht nur, nicht nur diese fünf Ebenen, sondern bei Steven Seiler sind es tatsächlich insgesamt acht Ebenen, die diese Pyramide ausmacht. Und die gehen wir jetzt zum letzten Teil dieser Folge eben einmal durch und versuchen immer an einer Stelle auch so die Evidenz zu haben. Es gibt natürlich wesentlich mehr Evidenz für die einzelnen Aspekte. Und stellvertretend suche ich euch da immer so eine Studie heraus und erzähle, worum es da ging. Also fangen wir vielleicht an mit der ersten Ebene. Auf der ersten Ebene, sagt Steven Seiler, ist so das Aller, Aller, Allerwichtigste erstmal eine gewisse Trainingsfrequenz und gewisse Trainingshäufigkeit. Das ist auch, würde ich sofort unterschreiben, für mich immer so das Allerwichtigste. Das heißt, es kommt in erster Linie mal darauf an, dass man genug und ausreichend trainiert. Also unter uns, wenn ihr vielleicht so alle halbe Jahre mal eine Trainingseinheit habt, dann ist alles andere unwichtig, weil dann ist es einfach nicht regelmäßig genug. Was heißt jetzt regelmäßig? Da verweise ich wieder auf die letzte Folge. Da hatte ja auch Wilder Hollmann gesagt, dass als regelmäßig gilt eine Aktivität, die an den meisten Tagen der Woche durchgeführt wird. Also sprich, ungefähre Orientierung viermal pro Woche. Das sollte schon so ein ungefährer Trainingsrhythmus sein, der als regelmäßig gilt. Hängt natürlich auch sehr stark von den individuellen Faktoren ab, die man hier benennen kann. Ja, wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen Trainingshäufigkeit beziehungsweise Trainingsvolumen und dem, was ich an Anpassungsseite habe? Und da gibt es ein wirklich sehr, sehr schönes Review von Granata und Kollegen aus der Arbeitsgruppe übrigens von David Bishop, der sehr viel im Bereich molekulare Anpassungen forscht, insbesondere in Bezug auf das Mitochondrium, also die Kraftwerke der Zelle. Und die haben 2018 mal in Sports Medicine so eine Übersicht publiziert mit dem Titel Training-Induced Changes in Mitochondrial Content and Respiratory Function in Human Skeletal Muscle. Also im Grunde übersetzt, wie passt sich das Mitochondrium an in der Form des Mitochondrien-Besatzes, also der Menge und der Masse der Mitochondrien und auf der anderen Seite der Funktion der Effizienz. Und hier konnten sie im Wesentlichen Folgendes darstellen. In erster Linie wurde mal gezeigt, dass es eine signifikant positive Korrelation gibt zwischen dem Trainingsvolumen oder genauer dem Energieumsatz, der jetzt in verschiedenen Studien durchgeführt wurde, und dem Mitochondrial Content. Das wird hier oft gemessen an der sogenannten Citrat-Synthase-Aktivität. Kurzer Exkurs in die Biophysiologie. Die Citrat-Synthase ist ein wichtiges Enzym des sogenannten Citrat-Zyklus. Der findet ganz tief im Mitochondrium, genauer in der Mitochondrien-Matrix statt. Und ist so ein Schlüssel-Enzym, was eben diesen Citrat-Zyklus am Laufen hält. Und dieser wiederum ist für die Ausbeute des oxidativen Stoffwechsels sehr, sehr entscheidend. Genauer könnt ihr das natürlich auch in einem weiteren Video euch anschauen. Aber an dieser Stelle, glaube ich, reicht es, ist, dass wir wissen, Citrat-Synthase hat etwas mit Mitochondrien zu tun. Es wurde nämlich in der vorherigen Studie rausgestellt, dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Citrat-Synthase-Aktivität und der Menge an Mitochondrien, also des Mitochondrial Content. Und weil der sehr schwer bestimmbar ist, wird landläufig immer diese Citrat-Synthase-Aktivität, weil es einfacher messbar ist, als Parameter oder Gradmesser für Mitochondrien-Content genommen. Also Granata und Kollegen konnten hier darstellen, dass es eben hier einen positiven Zusammenhang gibt mit dem Trainingsvolumen. Auf der anderen Seite konnten sie aber auch zeigen, dass die Mitochondrale Dichte nicht stark linear einen Verlauf hat, sondern dass dieser Verlauf ein Stück weit wieder abfällt. Das heißt, das wird dann mit einem Polylom gefittet. Spricht also dafür, dass eine Überschreitung des Volumens über so einen kritischen Wert dazu führt, dass es wieder weniger Mitochondrien gibt. Also Stichwort auch Übertraining. Manchmal ist es eben auch vielleicht einfach zu viel des Guten. Das war so die allererste Ebene. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal genug Trainingshäufigkeit, genug Trainingsvolumen. Wenn das klappt und wenn das der Fall ist, dann wäre die nächste Ebene die Trainingsintensität beziehungsweise auch die Hinzunahme des sogenannten High-Intensity-Trainings oder High-Intensity-Interval-Trainings gibt es dann in der Form HIT oder mit Intervall dazu H-I-I-T. Und hier gibt es auch eine sehr, sehr spannende Studie oder eine Review-Arbeit von McInnes und Gibala, die 2017 mal genau das zum Thema gemacht haben, nämlich einmal die physiologischen Anpassungen durch Intervalltraining und auch die Wichtigkeit der Trainingsintensität, die man ja nach verschiedenen Möglichkeiten steuern kann. Ich kann das in Prozent der maximalen Leistung definieren. Ich kann das in Prozent der sogenannten Schwellenleistung definieren oder an ganz anderen Parametern festmachen. Und obwohl es eine Riesenmenge an Studien im Bereich des Intervalltrainings gibt, wo wir tatsächlich gerade dabei sind, noch eine dazu zu fügen, die jetzt gerade im Revisionsprozess ist, also es kann noch etwas dauern, die haben das Ganze mal sehr, sehr schön zusammengefasst. Und die Essenz daraus ist natürlich erstens, dass die Intensität für Trainingsanpassungen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und dass auch Intervalltraining besonders effektiv ist. Hier wird nochmal unterschieden zwischen dem sogenannten klassischen Intervalltraining, was mehrere Minuten lang ist, und dem eher Sprintintervalltraining, was jetzt über wenige Sekunden dann gefahren wird. Und die Untersuchungsgrundlage, die Gibala und McInnes hier zeigen, ist vor allen Dingen ein sehr, sehr interessantes Design, nämlich dass in einer Person beides trainiert wird. Das heißt, die haben ganz oft so Studien gemacht, wo sie einbeinig die Leute haben fahren lassen nach dem einen Protokoll und mit dem anderen dann das andere Protokoll, um dann zu schauen, wie passen sich hier zum Beispiel die Mitochondrien an. Und entgegen dem, was jetzt zum Beispiel Bishop und Granata und Kollegen zeigen konnten, ist, dass hier bei McInnes und Gibala die mitochondrale Anpassung, egal um was es ging, beim HIT-Training immer deutlich ausgeprägter war oder signifikant deutlicher. Man müsste sich da nochmal wirklich die Abbildung anschauen. Da sieht man auch, dass Einzelfälle da vielleicht Unterschiede aufweisen. Aber hier sprechen sie sich wirklich nochmal für dieses hochintensive Intervalltraining aus. Das Problem an der Stelle ist, dass diese Interaktionen zwischen Volumen und Intensität oft schwer zu beziffern sind. Und auch das Matching zwischen verschiedenen Intervalltrainingsprotokollen, da müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal eine einzelne Folge zu machen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig dann oft. Das heißt, man muss dann oft genau in die Details gucken, welches Protokoll wird mit wem verglichen? Ist es ein Gruppendesign? Ist es ein Crossover-Design? Also Wissenschaft ist immer alles andere als leicht. Jetzt haben wir uns also mit den ersten beiden Ebenen beschäftigt. Volumen, Intensität und HIT-Training. Die dritte Ebene wäre jetzt, genau das beides zusammenzunehmen und sich mal anzuschauen, wie ist das überhaupt verteilt? Also wie verteilt sich die Intensität? Und hier sprechen wir von der sogenannten Trainings-Intensitätsverteilung oder auch Training-Intensity-Distribution und den ganz kurz TID. Ja, also in Fachkreisen immer TID abgekürzt. Was gibt es da überhaupt für verschiedene Arten von Verteilung? Die hat Stöggel mal zusammengefasst, und zwar 2014 im Frontiers. Und zwar gibt es so eine Frontiers-Sektion, die ich eigentlich ganz spannend finde und bis dahin den gar nicht kannte. Und zwar Frontiers for Kids, wo eben bestimmte komplizierte wissenschaftliche Sachverhalte kindgerecht illustriert und dargestellt werden. Und daraus habe ich auch eine sehr, sehr schöne Abbildung entnommen, wo eben diese verschiedenen Verteilungen einmal sehr schön dargestellt werden. Und das sind an der Zahl insgesamt acht Stück, von denen in der Praxis wahrscheinlich so sechs oder so überhaupt vorkommen. Und die ich einfach mal kurz beschreiben möchte. Welche gibt es da? Zum einen gibt es da erstmal das sogenannte High-Volume-Training. Das bedeutet, dass der aller, 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 allergrößte Teil im niedrigintensiven Bereich durchgeführt wird. Etwas, also deutlich weniger im Bereich zwischen irgendwelchen Laktatschwellen, also in diesem moderaten Bereich, und ganz, ganz wenig im hochintensiven Bereich. Demgegenüber steht tatsächlich das High-Intensity-Training. Das heißt genau umgekehrt, dass das allermeiste Training bei hoher Intensität durchgeführt wird. Etwas weniger im moderaten Bereich und fast kaum etwas im niedrigintensiven Bereich. Es gibt auch noch so ein paar Mischformen dazu. Das wäre da einmal das pyramidale Training. Das ist so ähnlich wie das High-Volume-Training, nur dass ein deutlich größerer Teil in den anderen beiden Bereichen noch durchgeführt wird. Das heißt, es fällt im Grunde so linear in diesen Trainingszonen ab. Ich müsste vielleicht noch kurz dazu sagen, es wird oft anhand eines Drei-Zonen-Modells dargestellt. Das heißt, wir unterscheiden einen niedrigintensiven Bereich, so einen Zwischenbereich mit dem hochintensiven Bereich. Das pyramidale Training könnte es in der Theorie tatsächlich auch umgedreht geben, dass es eben eine inverspyramidale Verteilung gibt, also viel Intensität, etwas moderat, wenig niedrigintensiv. Dann gibt es noch etwas, was man als sogenanntes Schwellentraining bezeichnet, also wo man genau eigentlich in diesem Zwischenbereich unterwegs ist und gar nicht so sehr an diesen Enden zwischen hochintensiv und weniger intensiv. Es gäbe auch noch die Form, dass das Ganze relativ gleich verteilt ist, also dass man jeden einzelnen von diesen drei Bereichen fast gleich auftrainiert. Und dann gibt es noch etwas, was man als sogenanntes polarisiertes Training bezeichnet. Bei diesem polarisierten Training geht man jetzt eben dahin und sagt, ich habe einen Großteil meines Trainings niedrigintensiv. Ich habe einen relativ kleinen Anteil so in diesem weder Fisch- noch Fleisch-Mittel-Bereich, aber auch einen nicht zu vernachlässigten, aber geringeren Teil als den hochvolumigen Teil in diesem intensiven Bereich. Und das ist eben genau das, was oft favorisiert wird. Es würde noch in der Theorie eine inverspolarisierte Verteilung geben, die man wahrscheinlich selten finden wird. Aber das klassisch polarisierte Training, also mit viel Volumen und etwas Hochintensität, das wird deutlich häufiger empfohlen. Wenn ich an meine Anfänge des Lauftrainings mich zurückerinnere, dann denke ich auch, was habe ich da eigentlich gemacht? Weil da bestand mein Training eigentlich häufig daraus, dass ich einfach nur drauf losgelaufen bin. Das heißt, meine klassische Einheit war immer so, in Dortmund zu Hohensieburg laufen, zum Reichsgründungsdenkmal und zurück. Das war dann oft so eine Stunde und ich wollte mich natürlich auch entsprechend intensiv belastet fühlen. Das heißt, ich bin dann oft losgelaufen, so dass ich intensiv das Ganze betreibe, aber keine Intervalle gemacht. So dass ich nach Hause kam und dachte, ja, heute hast du richtig was gemacht. Aus heutiger Perspektive, mit meinem Hintergrund würde ich sagen, nee, das war eigentlich nicht optimal oder weit weg von optimal, weil diese Tendenz zur Mitte, wie man das in der Wissenschaft nennt, also dass man irgendwie so von allem so ein bisschen was macht oder halt immer nur diesen mittleren Bereich so fokussiert, das ist eigentlich nicht das, was einen langfristig besser bringt. Ich glaube, meinen ersten 10 Kilometer Lauf, damals mit 18 habe ich glaube ich eine 37, 42, 43 oder so gehabt. Bin damit Zweiter geworden. Es hatte sich leider noch ein, kurz vorher ein Triathlet angemeldet, der dann eine 35er Zeit hatte, aber war für mich glaube ich ganz gut so. Und aus heutiger Perspektive würde ich immer allen Leuten empfehlen, versucht wirklich die lockeren Einheiten, wirklich locker und es gibt fast nicht zu locker. und auch ein paar Einheiten, vielleicht so ein bis zwei Einheiten in der Woche, wo es richtig kracht, also wo man richtig Intensitäten macht, wo man richtig in den hochintensiven Bereich geht. Das wäre schon das, was ich eher empfehlen würde. Ansonsten muss man natürlich immer noch sagen, was ist überhaupt Polarisierung? Also guckt man jetzt einfach, wie viele Einheiten mache ich oder zählt man die Zeit in verschiedenen Zonen? In der Regel nimmt man eher den zweiten Aspekt, also die Zeit in verschiedenen Zonen. und polarisiertes Training wird gerade total gehypt. Auf der nächsten Ebene, in der wir uns bewegen, spricht Seiler von der Jahresperiodisierung. Und alles das, was wir bisher gehört haben, so die ersten drei Ebenen, da sagt Steven Seiler, die sind well established, also die sind wirklich gut belegt. Und jetzt kommen wir so in die Bereiche, wo es ein bisschen schwieriger wird. Bei der Periodisierung, also bei der Aufteilung übers Jahr hinweg, ist Steven Seilers Urteil, es ist unklar, ob eine bestimmte Jahresperiodisierung einen besonderen Vorteil bietet und dass er davon ausgeht, dass das wahrscheinlich überschätzt wird. Was soll ich euch sagen? Die Literatur zeigt eigentlich genau auch in diese Richtung. Wenn man sich da mal zum Beispiel die Studie von Cataoka und Kollegen von 2021 anschaut, mit dem Titel Periodization, Variation in the Definition and Discrepancies in Study Design, also wo es tatsächlich um eine reine Studie geht, wie periodisiert werden kann, dann wird da erstmal grundsätzlich definiert, was heißt eigentlich Periodisierung? Weil oft denken wir ja, Periodisierung hat was mit Trainingsplanung, also mit dem konkreten Trainingsprogramm zu tun und da wird in dieser Übersichtsarbeit ganz klar differenziert. Unter Periodisierung fällt für diese Autoren also ein globaler Prozess, also so eine globale Idee, wann mache ich im Saisonverlauf was und das Programming, das wird hier eher gesehen als etwas, was ein konkreter Plan ist, also wo man konkret sagt, so viel Volumen, diese Intensitäten, so viele Einheiten und so weiter. Das muss man also erstmal differenzieren. Das Prinzip von Periodisierung kommt so die Überlieferung zumindest so aus den 50er Jahren aus Russland. Da hat nämlich damals der Medvejev die Sowjetunion, hast du ja damals noch, ich habe die selber nicht erlebt, weil ich 1991 geboren bin, aber damals war es natürlich die Sowjetunion und der hat damals die Athletinnen und Athleten auf die Olympischen Spiele 52 und 56 vorbereitet und das wird so überliefert als die ersten Ideen, wie Periodisierung klappen soll. Damals war die Vorstellung, dass es im Wesentlichen drei Phasen gibt der Periodisierung, die man da unterscheiden kann. Das ist zum einen die Vorbereitungsphase, das heißt, man hat erstmal so ein sehr grundlagenorientiertes Training, im Ausdauerbereich würde man sagen, hohes Volumen, eher geringere Intensität und ja, um so die Grundlagenausdauer zu festigen, also so eine Basis zu haben, daran anschließt sich dann vielleicht noch so eine spezifische Vorbereitung, aber dann auch die sogenannte Wettkampfperiode, da ist es genau umgekehrt, da ist eher die Intensität der maßgebende Faktor und alles das, was mit ja, wie würde man sagen, so Umfang zu tun hat, ist da eher nicht so das Thema. Das heißt, da ist die Intensität besonders wichtig und Spezialisierung wichtig und in der Übergangsperiode, das ist im Grunde das, wo es darum geht, ja, zur Ruhe zu kommen, durchzuschnaufen, Saisonpause zu haben und dann in das nächste, in den nächsten Begriff zu gehen. Und was jetzt Kataoka und Kolleginnen und Kollegen in ihrer Übersichtsarbeit zeigen, ist, es ist kompliziert, wie die ein oder andere Beziehung vielleicht. Das heißt, sie sagen, um das wirklich zu beurteilen, gibt es kaum Studien und die haben mal was Schönes gemacht, die haben mal gegenübergestellt, welche Studien gibt es, wie häufig werden zum Beispiel bestimmte Wochen untersucht, also wie lange sind die Studien? Und wenn man sich das mal anguckt, dann sind die allermeisten Studien, die da jetzt Periodisierung untersuchen wollen, zwischen 6 und 18 Wochen durchgeführt worden. und Studien, die wirklich 52 Wochen, also ein Jahr, durchgeführt wurden, waren genau zwei. Das heißt also, wir können mit dem wissenschaftlichen Stand über Periodisierungsmodelle und deren Verbesserung eigentlich kaum wirklich was sagen und deswegen würde ich der Meinung von Steven Seiler hier auch zustimmen. Interessanterweise gibt es noch eine zweite Studie, die vielleicht hier in dem Kontext ganz interessant wäre, denn es gibt nämlich auch die sogenannte Reverse-Periodisierung, die immer weiter Verbreitung findet, also dass man diese ganzen klassischen Ansätze über Bord wirft und komplett was anderes macht. Da hat González Rave, wenn ich es richtig ausspreche, und 2021 mal die Reverse-Periodisation zusammengefasst, auch Übersichtsarbeit und unter Reverse-Periodisierung wird verstanden, dass man eben schon frühzeitig in der Vorbereitung genau das Gegenteil macht, wie klassisch. Man startet wirklich mit relativ hohen Intensitäten, um auch gerade die maximale Sauerstoffaufnahme als Protokriterium der Ausdauerleistungsfähigkeit direkt schon zu erhöhen, um dann im weiteren Verlauf vielleicht eher zu ökonomisieren. Aber auch hier gibt es keine nachweisbaren Benefits von dem einen oder von dem anderen. Es bleibt also hier auch schwierig. Also Jahres-Periodisierung wahrscheinlich überschätzt. Die fünfte Stufe ist jetzt noch eine Ebene weiter reingezoomt, nämlich wenn wir die Jahres-Periodisierung haben, müssen wir ja auch irgendwo die Mikro-Periodisierung haben, also die Wochenplanung. Und das wird ja oft so als die Standardebene gesehen, wenn jemand fragt, so ja, kannst du mir mal einen Trainingsplan machen? Dann sagen ja viele so, ja, okay, Montag machst du dies und dieser machst du das und so weiter. Und das kann man sich eben auch angucken. Bevor ich auf die Details eingehe, kurz das Urteil von Steve Seiler. Er sagt, es ist unklar, aber wahrscheinlich hat es einen geringen Einfluss. Das kann man durchaus diskutieren. Fakt ist, es gibt dazu sehr, sehr wenig. Die nächste Studie, die ich dazu so rausgesucht habe, ist von Teresa Mann, also es ist eine Frau mit Nachnamen Mann, die 2014 mit Kolleginnen und Kollegen in Sportsmedizin mal eine Übersicht gemacht hat, nicht genau zu diesem Thema, sondern zu dem Thema High Responders und Low Responders. Also die, die stark auf Training reagieren und die, die weniger stark auf Training reagieren. Da muss man vielleicht einmal kurz erwähnen, wie wir das so in der Wissenschaft sehen. Wir haben ja immer die Idee, dass wenn wir irgendein Training verschreiben und dann uns angucken, was passiert, dann haben wir immer die Hoffnung, dass viel passiert. Und wenn jetzt Leute nicht so darauf reagieren, dann hat man früher gesagt, so ja, das ist halt ein Non-Responder. Ich finde das immer ein unglücklicher Begriff, weil ich dann denke so, nur weil ich jetzt meine, dass da viel passieren sollte, die Person hat halt nicht darauf reagiert. Deswegen wurde man irgendwann, hat man gesagt, okay, wir können das eigentlich nicht mehr so haben. Wir müssen eigentlich sagen, das sind entweder starke oder weniger starke Responder oder vielleicht auch Leute, die früh reagieren und spät reagieren. Und das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Beitrag, wo ganz, ganz entscheidende Sachen drinstehen, auf die ich heute gar nicht eingehen kann. Sondern ich möchte vor allen Dingen darauf hinaus, wie kann jetzt vielleicht Mikropyorodisierung hier einen bedeutsamen Einfluss haben. Es wird auf jeden Fall gesagt, und das ist so die Idee, dass Training ja auch als Summe einzelner ein, also einzelner zellulärer Anpassungsprozesse verstanden werden kann. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe gesehen, dass Training die systematische Modifikation der Response Matrix ist. Und das heißt, im Grunde jeder Trainingsstimulus kann hier zählen und einen nennenswerten Beitrag liefern. Und neben verschiedenen anderen wichtigen Einflussfaktoren wurde hier auch die sogenannte autonome Aktivität genannt. Was verbirgt sich dahinter? Das autonome Nervensystem lässt sich im Wesentlichen in zwei Bereiche teilen. Das ist zum einen der Sympathikus, der uns wirklich bei hoher Aktivität, hoher Erregung und so weiter aktiv hält. Und dem gegenüber steht so der Parasympathikus, der uns erholen lässt, der uns runterfahren lässt und der so für den eingebauten Chill-Modus steht. Und was bekannt ist, spätestens durch die Studie von Stanley und Kollegen aus 2013, die sich eben mal angeschaut haben, wie lange dauert es eigentlich, bis so das autonome Nervensystem wieder durch eine Ausdauereinheit auf Normalruheniveau ist. Spätestens seit diesem Zeitpunkt weiß man, wie eben auf diese verschiedenen Trainingsreize reagiert wird. Beispielsweise, wenn ich eine lockere, intensive Einheit habe, die jetzt nicht einige Stunden dauert, dann dauert das in der Regel so weniger als einen Tag, also weniger als 24 Stunden, bis der Parasympathikus wieder voll aktiv ist. Bei so moderaten, im Zwischenbereich befindlichen Einheiten, da dauert das oft so ein bis zwei Tage, also 24 bis 48 Stunden und bei richtig hochintensiven Einheiten, da kann es dann schon mal wirklich sein, dass das deutlich länger dauert, also dass das mehr als 48 Stunden insgesamt sind, die wir da haben. So, wenn wir das jetzt mal voraussetzen, dann könnte man daraus ableiten, ja, dadurch kann ich ja schon irgendwie mein Training mit beeinflussen, das heißt, ich kann da ja vielleicht Einfluss drauf nehmen und dabei muss man aber mehrere Faktoren berücksichtigen. Das sind zum einen natürlich individuelle Faktoren, das heißt, wie zum Beispiel der Schlaf ist. Wichtiger Hinweis an der Stelle, Schlaf ist die wahrscheinlich am meisten unterschätzte Variable und wenn man nicht genug schläft und sich nicht genug erholt, dann kann man noch so trainieren. Das ist wirklich eine der absolut entscheidendsten oder einer der entscheidendsten Faktoren, die man immer mit berücksichtigen sollte. Also von daher kann ich immer nur sagen, Leute, schlaft genug und esst genug und das spielt da eben auch rein. Das heißt, ich kann jetzt nicht genau sagen, was jetzt für wen der beste Trainingsplan ist oder der beste Mikropärealisierung, aber die Erholungsphasen hängen natürlich auch davon ab, wie ist mein Fitnessstatus, je trainierter ich bin, desto schneller werde ich mich wahrscheinlich auch von einzelnen Einheiten erholen, wie ist der Schlaf, hatte ich auch gerade schon gesagt, wie ist der Stress und ganz wichtiger Punkt natürlich auch, wie ist die Ernährung. Und die hat eben auch einen ganz, ganz wichtigen Einfluss. Dass die Ernährung auch im Ausdauerbereich eine sehr, sehr wichtige Rolle für die Modifikation des Trainingsstimulus haben kann, das finden wir tatsächlich direkt auf der nächsten Ebene, auf der Ebene 6. Hier gibt Seiler so eine Sammlung an drei verschiedenen Dingen, die eben nach seiner Meinung dafür notwendig sind oder dafür notwendig sein können, den Trainingsstimulus so ein Stück weit fein zu tunen. Und ich habe auch nach Artikeln gesucht zu den einzelnen Bereichen, aber es gibt einen, den ich wirklich sehr, sehr gut finde, von Horley und Kolleginnen und Kollegen aus 2019, publiziert in Cell Metabolism. Das ist wirklich ein Artikel, der sehr, sehr schön genau diese drei Aspekte, die Steven Seiler auf dieser Ebene sieht, zusammenfasst und so einen Ausblick gibt, worum es da geht oder was sich dahinter verbirgt. Das sind im Wesentlichen drei Teilgebiete, zum einen die Energieverfügbarkeit, die ich vor allen Dingen in Bezug auf Kohlenhydrate, die ich beeinflussen kann, als zweites das Hypoxie-Training und als drittes das Training unter Hitzebedingungen. Und was ich an diesem Artikel sehr schön finde, ist, es ergibt einen sehr, sehr guten Überblick über die Thematik und geht im Grunde auch in die einzelnen Bereiche rein und illustriert das Ganze auch sehr schön, wofür auch der Person in den Acknowledgements entsprechend gedankt wurde. Wenn wir uns jetzt als erstes mal mit der Energieverfügbarkeit auseinandersetzen, dann wird hier vor allen Dingen immer von einer polarisierten oder periodisierten Ernährung gesprochen. Das heißt, die Kernidee dahinter ist, wenn ich beispielsweise mit Lehren oder etwas teilgelehrten Glykogen speichern ein Training absolviere, dann stellt das erstmal einen höheren Reiz dar. Und dieser höhere Reiz, da hat man sich jetzt natürlich gefragt, wodurch wird der jetzt hergestellt? Und wenn man da mal in die Literatur reingebt, dann gibt es viele unterschiedliche Ideen. Und einer der wichtigsten Aspekte, den wir auch in der letzten Episode schon mal uns angeschaut haben, ist PGC1-Alpha. Also nochmal der Peroxysom-Proliferator aktivierter Rezeptor-Gamma-Koaktivator. Und diese PGC1-Alpha-M-RNA, die ich eben brauche, um dann zum Beispiel neue Mitochondrien zu generieren und so weiter. Wie verändert der sich jetzt, wenn ich zum Beispiel Low trainiere? Und wenn man jetzt mal hier Studien sich anschaut, die das vergleichen, wenn ich einmal Low, also mit niedrigem Glykogenspeicher Füllung trainiere und einmal normal, dann ist bei einem normalen Training die Auslenkung dieser mRNA so um das zweieinhalbfache ungefähr und im Low-Bereich teilweise sogar um das Achtfache. Also deutlich höher in ihrer Auslenkung. Ich kann das aber auch dadurch beeinflussen, inwieweit ich das Training oder inwiefern ich nach dem Training damit umgehe. Es kann ja auch sein, dass ich ein Training mache und auf der einen Bedingung gebe ich direkt Kohlenhydrate hinterher in der ersten Zeit und in der zweiten Bedingung mache ich eine Restriktion von Kohlenhydraten, also in der Pause. Und hier konnte man zeigen, dass eben diese mRNA, wenn ich jetzt nur die, also wenn ich die Kohlenhydrate wieder hinzufüge, dann ist die so ein bis zwei Stunden eleviert. Bei dieser Post-Low-Strategie, am Ende keine Kohlenhydrate so richtig zuzuführen, kann das bis zu acht Stunden dauern. Die Kernidee ist natürlich hier, dass mehr PGC1-Alpha gleich mehr Protein-Biosynthese, gleich mehr Mitochondrien und gleich mehr Vcmax und gleich mehr Performance, dass das gilt. Das gilt aber tatsächlich nicht für hochintensive Einheiten. Das heißt, das ist wirklich etwas, wo ich persönlich immer vorsichtig wäre. Das habe ich mit Laura besprochen, das habe ich aber genauso auch mit Jonas in der Folge besprochen. Wir sind da eher so ein kleines bisschen skeptisch. Man kann es machen, aber man sollte das wirklich bedarfsgerecht machen und nicht in Kombination mit Hit. Auf der zweiten Ebene finden wir das sogenannte Hypoxie-Training oder auch das sogenannte Höhentraining. Und da wird auch eine sehr schöne Illustration gegeben, was da überhaupt so der Reiz ist. Wir wissen ja, dass die Vcmax sich zusammensetzt aus im Wesentlichen drei Faktoren. Das sind zum einen die Herzfrequenz, das Schlagvolumen und die arteriovenöse Sauerstoffdifferenz. Diese arteriovenöse Sauerstoffdifferenz sagt was darüber aus. Wir haben zum Beispiel unsere Zelle, arterielles sauerstoffreiches Blut geht rein, hinten raus kommt im Grunde die Vene und dann guckt man vorher, nachher, wie war der Sauerstoffgehalt vorher, wie viel Prozent zum Beispiel, wie viel hinterher, dann weiß man, wie viel Sauerstoff wurde rausgezogen. Und der Kern-Driver oder der Kernreiz bei Hypoxie-Training ist ein reduzierter Sauerstoffpartialdruck. Das kann ich durch zwei verschiedene Weisen erreichen, indem ich also entweder zum Beispiel in die Höhe gehe, man spricht hier auch von einer sogenannten hypobaren Hypoxie, das heißt, der Sauerstoffanteil in der Luft ist gleich, nur der Gesamtluftdruck ist herabgesetzt und dadurch ist der Sauerstoffpartialdruck auch reduziert. Ich kann das theoretisch aber auch dadurch hinkriegen, dass ich die Druckbedingungen gleichlasse und einfach weniger Sauerstoff reinpacke, in sogenannten Höhenkammern. Da wird das dann oft gemacht und nennt sich dann eben normobare Hypoxie, also normobar, also normaler Druck, aber eben weniger Sauerstoffanteil da drin. Darüber hinaus gibt es jetzt und das ist ganz spannend, verschiedene Strategien, die man mit Höhentraining fahren kann und die würde ich gerne einmal kurz illustrieren. Die Idee von Höhentraining ist oft, dass man eben den Sauerstofftransport verbessern will, das heißt, man versucht hier zum Beispiel die Hämoglobinmasse zu erhöhen, also die Trägerschaft von Sauerstoff zu erhöhen, in der Hoffnung, dass das für die Ausdauerleistungsfähigkeit besser wird. Das Kernmolekül, wenn wir jetzt nochmal zurück auf unser Signaltransduktionsmodell gehen, ist hier das HIF-1-Alpha, also Hypoxia Indusable Factor 1-Alpha, was sich eben stabilisiert. Also normalerweise würde dieses HIF-1-Alpha immer wieder abgebaut werden und unter Hypoxiebedingungen wird das eben nicht mehr abgebaut und man sagt eben in der Wissenschaft, das stabilisiert sich. Und wenn sich eben dieses HIF-1-Alpha stabilisiert, dann kann das einmal dazu führen, dass sich die Hämoglobinmasse erhöht. Das kann auch dazu führen, dass beispielsweise oder steht im Zusammenhang auch mit der Bildung von roten Blutkörperchen über EPO, also Erythropoietin, was dann im Knochenmark die Vermehrung roter Blutkörperchen anregen kann. Und es steht auch gewissermaßen im Zusammenhang mit Zellanpassungen, also dem Vascular Endothelia Growth Factor, also das, was hinterher zum Beispiel für Gefäßneubildung zutrifft. Welche Strategien gibt es jetzt im Höhentraining? Da wird immer eingeteilt, wo wird gelebt und wo wird trainiert. Und da wird das eingeteilt. Also entweder unten im Tal, normaler Sauerstoff oder oben. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Basisstrategie, das sogenannte Live High, Train High. Das bedeutet also, ich lebe und trainiere oben. Ja, also man macht zum Beispiel Urlaub in St. Moritz, weiß nicht auf wie viele tausend Metern das ist, aber auf jeden Fall hoch genug. Man sagt oft so zwei bis dreitausend Meter sollte das sein und man macht einfach alles da. Davon gibt es eigentlich auch gute Belege, dass das durchaus zu Effekten führt, die eben die, das EPO erhöhen und auch die Hämoglobinmasse erhöhen. Problem ist nur, dass man halt einen sehr, sehr starken Reiz hat und eben aufpassen muss, wie man da trainiert. Also es ist etwas schwieriger in der Steuerung. Dann gibt es noch die Trainingstrategie Live Low, Train High. Das heißt, man geht nur zum Training hoch und schläft ansonsten unten. Das kann tatsächlich zu Verbesserungen führen nach der Literaturlage, die Horley und Kolleginnen und Kollegen beschreiben, aber eher auf lokaler Muskelebene. Also da ist Hämoglobinanpassung jetzt eher nicht ganz so zu erwarten. Es gibt auch noch eine weitere Strategie, die oft zitiert wird, nämlich die sogenannte Strategie Live High, Train Low, also das genaue Gegenteil, dass man eben nur zum Trainieren runter geht. Das könnte mehrere Vorteile haben, nämlich ich habe auf der einen Seite diesen Hypoxiereiz durch das Schlafen in der Höhe, kann aber mein normales Training durchführen, in dem ich eben auf C-Level oder nahe C-Level trainiere. Ob es aber vielleicht genau diesen Hypoxiereiz im Training dann braucht, um überhaupt diese Auslenkung zu haben, das wird eben noch diskutiert. Deswegen ist es gerade noch nicht so ganz klar, was da die Vorteile sind. Das heißt, unterm Strich muss man hier eben sagen, wie wird das Ganze gemonitort? Also wenn ich beispielsweise gar kein Blutbild mache oder einfach mein Training so durchziehe und alle anderen, das überleben dann vielleicht zwei Athletinnen und Athleten und der Rest geht ins Übertraining rein oder ins Overreaching, dann wäre das natürlich hier ein Problem. Man kann sich jetzt hier noch fragen, wann sollte ich das machen? Dadurch, dass es den Effekt gibt, dass eben die roten Blutkörperchen, die normalerweise so 128, 120, 130 Tage leben, sich nach so einer Höhenanpassung vermehrt auch wieder abbauen, sagt man meist, dass der optimale Zeitpunkt hier so 5, also 10 bis 14 Tage ist, in denen man hier das Training durchführen wird oder 7 bis 10 Tage werden oft gesagt. Man spricht ja auch manchmal so von zwei Windows, also entweder direkt danach oder eben dann in diesem anderen Zeitraum, je nachdem, um welche Anpassung es hier gehen soll. Und der letzte Teilbereich, da geht es um Trainieren in der Hitze oder unter Hitzebedingungen. Hier kann man vereinfacht sagen, dass Hitze immer ein höherer Reiz darstellt und viele Prozesse einfach schneller oder stärker ablaufen lässt. Hier ist die Literaturlage tatsächlich am wenigsten klar. Klar, es beschleunigt bestimmte Prozesse, es macht mehr Stress, aber die Benefits sind hier nicht ganz so klar. Wenn man das als Akklimatisierung nutzt, dann kann man sicherlich sagen, dass es von Vorteil ist, dass gerade auch die Schweißproduktion mittrainiert wird. Also wenn man sich beispielsweise auf den Ironman, die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii vorbereitet, sicherlich etwas, was man aus der Tool-Trickkiste rausholen sollte. Aber inwiefern das jetzt zum normalen Training beiträgt oder von Vorteil ist, wird hier diskutiert. Es gibt da auch ein schönes Schaubild, was hier publiziert wird, wo eben auch die verschiedenen Faktoren auf Arteriola-Ebene diskutiert werden, also vielleicht durch mehr Scherbelastung, auch mehr kapillare Anpassung. Auch hier steht wieder das PGC1-Alpha im Verdacht, da besonders im Fokus zu stehen. Und für die Leute, die es interessiert, schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Wir nähern uns langsam dem Ende der Pyramide. Wir sind bei Ebene 7 von 8, also ihr habt's fast geschafft. Auf die Ebene 7 steht das sogenannte Race- oder Pace-Training. Was ist jetzt damit gemeint? Damit ist eben gemeint, dass ich eben auch versuche, nahe der Zielbelastung zu trainieren, also genau eben in diesem vielleicht Zwischenschwellen-Schwellen- Bereich. Und Seilers Urteil dazu ist, dass es vielversprechend ist, wenn alles andere stimmt. Also wenn alles andere so weit abgefrühstückt ist, dann kann man da durchaus etwas zumachen. Und Elferink, Gemser und Hettinger haben 2017 das Thema Pacing nochmal hervorgehoben und schreiben da, dass eben Pacing ein sehr, sehr wichtiger Skill ist, den man auch in der Talententwicklung berücksichtigen sollte, weil da auch verschiedene Entscheidungsprozesse mit reinspielen. Das heißt, es geht dann nicht nur im Sinne des physiologisch orientierten Trainings darum, hohe Fahrze Marks, geringe Laufökonomie, hohe Kraft oder so zu generieren, sondern eben auch das Ganze einordnen zu können und das Ganze gut auf die Bahn bringen zu können. Also zum Thema Pacing müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eine einzelne Folge zu machen. Denn neben diesen ganzen Faktoren spielt eben auch so die Taktik eine wichtige Rolle. Also gerade Renntaktik planen, reflektieren, einschätzen, im Wettkampf gegebenenfalls auch anpassen können und unterm Strich dann auch eine Evaluation der eigenen Renntaktik zu haben. Dafür ist es sicherlich sinnvoll, im Training auch mal nahe dieser Bedingungen also da nahe heranzukommen und das eben auch zu haben. Und da können wir als Trainerinnen und Trainer helfen, indem wir zum Beispiel Feedback geben, Splitzeiten durchgeben oder auch mal in der Trainingsgruppe so kleine, in einem Intervalltraining vielleicht so kleine Rennsituationen zu simulieren. Und meiner persönlichen Meinung ist das glaube ich etwas, was vor allen Dingen im Ultra-Elite-Bereich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also wenn beispielsweise die ganzen Parameter, die wir schon besprochen haben, wie VZ-Max, wie Schwellenleistung, alle soweit auf höchstem Niveau trainiert sind, ich denke dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, noch mehr von diesem Race-Pace-Geschichten zu machen. Und da ist zum Beispiel auch wieder die Familie Ingebrigtsen ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die da einen sehr, sehr hohen Anteil auch von haben. Auf der letzten Ebene, also die absolute Kirsch, oder sagen wir die Schokostreusel auf der Kirsche, auf der Sahne von dem Eis, ist für Seiler auf der allerletzten achten Ebene das sogenannte Tapering. Im Deutschen würden wir das als unmittelbare Wettkampfvorbereitung bezeichnen. Und das beschreibt im Grunde, wie bereite ich mich jetzt auf den letzten Wettkampf vor. Denn ich habe ja vorher vielleicht sehr, sehr viel trainiert, mein Training entsprechend angepasst und jetzt möchte ich ja erholt in den Wettkampf gehen. Und da könnte man sich jetzt ja verschiedene Fragen stellen. Also wie lange soll das dauern? Wie stark soll ich mein Training reduzieren? Was soll ich reduzieren? Volumen oder Intensität? Soll ich das schnell machen? Soll ich das progressiv langsam machen? Und so weiter und so fort. Und glücklicherweise haben sich Bosquet oder Bokeh, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auch mit Mujica zusammen publiziert im MSSI, mal genau diese Sachen angeguckt. Ist schon etwas älteres Paper von 2007. Und da geht es im Grunde um die Effekte von Tapering auf die Performance im Rahmen einer Meta-Analyse. Das heißt, die haben sich verschiedene Studien rausgesucht und wollten da mal rausfinden, was ist sozusagen der heilige Gral oder die optimale Strategie im Rahmen von Tapering. Und hier können wir ganz klar Folgendes festhalten. Sie sagen, die optimale Tapering-Strategie heißt in den letzten zwei Wochen das Volumen progressiv um etwa 40 bis 60 Prozent zu reduzieren und das bei gleichbleibender Intensität und auch gleichbleibender Frequenz, also Häufigkeit von Trainingseinheiten. Heißt also, wenn ihr euch auf einen Wettkampf vorbereitet im Bereich von Ausdauer, dann wäre es empfehlenswert, dass ihr eben eher das Volumen runterschraubt. Das heißt, die Einheiten werden kürzer, Intensitäten bleiben, bestehen und ihr trainiert einfach irgendwann nur noch halb so viel, also halb so lange Einheiten und das Ganze eher progressiv, also nicht jetzt irgendwie schlagartig, sondern wirklich so sukzessive. Aus der Praxis könnte man sich dann fragen, was mache ich denn jetzt, wann mache ich den allerletzten Ruhetag? Da gibt es immer so die Fraktion, die wirklich direkt den Tag vorm Wettkampf den Ruhetag macht und dann aus der Erholung in den Wettkampf geht. Ich persönlich mache es meistens so, dass ich zwei Tage vorm Wettkampf einen kompletten Ruhetag gar nichts mache oder auch so im Training plane und dass der Tag vorm Wettkampf eher nochmal so eine, ja, so eine Voraktivierung ist, dass man nicht so aus diesem kompletten Trainingsloch und irgendwie müde in den Wettkampf geht, sondern schon so eine gewisse Spritzigkeit mitbringt. Ich persönlich würde immer sagen, das beste Maß für ein gutes Tapering ist, wenn ich wirklich am Tag vorher, und das war eigentlich bei den meisten Wettkämpfen, die ich gemacht habe, von den paar, die ich gemacht habe, war es eigentlich immer so, wenn ich am Tag vorher schon denke, wo ist jetzt der Wettkampf? Ich will an die Startlinie, ich will jetzt endlich loslegen. Dann war es meistens auch genau richtig und dann hat es auch richtig gut funktioniert. Okay, das war im Grunde der Überblick der Trainingshierarchie oder der Trainingspyramide von Steven Seiler. Zusammenfassend können wir also sagen, dass so eine Hierarchisierung für euch eine gute Orientierung sein kann. Also was ist wichtig? Erstmal ist wichtig, dass ihr wirklich das Volumen entsprechend hochfahrt. Also schaut erstmal, dass ihr regelmäßig mehrere Einheiten in der Woche macht. Als zweites kümmert ihr euch dann um die Intensität und die Hinzunahme hochintensiver Intervall-Trainings-Einheiten. Da gibt es ganz viele verschiedene. Das wäre also Punkt zwei. Und der dritte Punkt wäre dann eben zu schauen, wie ist genau hier diese Verteilung? Wie viel mache ich niedrigintensiv? Wie viel mache ich hochintensiv? Was ist also meine TID, meine Trainings- Intensitäts- Verteilung? Und genau zu diesem Thema, zur Trainings- Intensitäts- Verteilung, da werden wir uns jetzt auch in der nächsten Folge mit beschäftigen. Und zwar wird es nämlich da in einer einzelnen Folge man nur um Trainings- Intensitäts- Verteilung gehen und eine riesengroße Studienlage, da gibt es ganz viele verschiedene Ansichten und Missverständnisse vielleicht auch. Ich möchte mich zum Abschluss noch kurz bei meiner Athletin Annika melden und ihr zum Geburtstag gratulieren. Wie versprochen hier also die Einheit pünktlich zum Geburtstag. Ich hoffe, du konntest dir direkt heute anhören. Allen anderen wünsche ich erstmal natürlich viel Spaß beim Training und ja, hoffe, ihr konntet einen guten Überblick euch verschaffen und in der nächsten Einheit geht es dann weiter mit über eine Stunde TID wahrscheinlich. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.